Hallo und moin moin zu diesem kleinen Auftragsguide für New Pokémon Snap. Heute zeige ich euch den Auftrag Viscargons Freude. Diesen Auftrag müsst ihr in die Höhle. Ich habe es hier auf Level 3 gemacht. Nehmt hier die Standardroute. Sobald ihr in der Schlucht die Standardroute genommen habt, befindet sich links von euren Viscogon. Werft nun links in der Feldspalte auf die Kristallblume eine Lumina-Kugel. Viscogon wird sich nun freuen. Während es sich freut, müsst ihr es fotografieren und dieses Foto am Ende beim Aufheber zu abgeben, um den Auftrag abzuschließen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr natürlich müsst ihr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mitö.